ja hallo erst mal und wieder herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der tera in der letzten folge haben wir den ogre hier erlebt wir haben vier gebets peln eigentlich sollten wir mal zur schnellreisefigur aber hier unten ist ja auch eine und ihr habt gerade gesehen kommt mal da oben da steht auch noch eine violette also müssen wir uns doch mal unsichtbar machen ja das gespräch mit dem salz ich weiß nicht müssen wir zu dem anderen an dieser treppe da wieder hinreisen zum händler noch den noch mal quatschen ich wissen nicht so dann machen wir uns einmal unsichtbar so viel haben wir davon ja auch nicht mehr haben nur noch zwei im lager und drei ok für uns kämpfen tut er eine gut haben eingestellt müssen wir bloß die dafür an den anderen ja tuken haben wir drinnen das gut so wir ziehen und zurück lasst mal kurz kämpfen kommt damit wird auch noch eine in einem naja das springen das ist ja das glatt wird sich bald gegen dieses land wenden ich hätte nie gedacht dass das innenministerium unser feind werden würde das springen muss ich wieder einstellen herrn werden wir zweifellos schnell sein in das unseres tun es hat keinen mit mit leeren geldbeutel weg zu rennen herr kommt schnell wieder umständlich müssen wir springen machen sonst kommen wir vom baum nicht runter ach du kacke sonst wäre das richtig geil wenn man da so springt mit 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 Und den killen? Oder für uns kämpfen lassen? Weil da steht ja noch einer da hinten. Da ist der gleiche Baum. Von oben kommen wir nicht ran. Ach komm, nicht lange überlegen. Nicht schnacken, Kopf und Nacken. Da musst du noch mal gar schön ins Konfekt fahren. Geht nicht anders. Äh, natürlich. Echt? Echt jetzt? Natürlich haben wir jetzt beide dabei, ne? Ey, welche? Das war natürlich doof, warum... Der hat den anderen ein Visit gehabt, ne? Ey! Oh! Ach, nö! Echt jetzt? Echt jetzt? Ist das euer Ernst? Äh, sterben lassen? Auferstehen? Ach, lass uns sterben! Dann haben wir gleich bei der Schnellreisefigur die Gebetsperle, ne? Ja, das ist auch der Nachteil, wenn man immer umstellt. Dann muss man sich wieder umorientieren. Ja komm, gib uns wieder ein Minus. Genau! So! Kälbermerkmale, ne? Ja, natürlich! So! Zack! Schon größer, das ist schon mal gut. Ja, jetzt müssen wir hier durch. Tau hoch! Ahh, genau, das gleiche Spiel machen wir auch wieder. Dann sind die anderen beiden ja auch wieder da, ne? Schnell, 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 schnell! Na, wie gut, dass der Oger nicht da ist, ne? Ach, da draußen! Vor der Tür kämpfen die! Ah! Lass sie mal campen! Die Tür machen wir nicht auf! Das sind die drei, die da uns entgegen gerannt sind, ne? Gekommen sind an der Treppe. So. Jetzt gleich mal gucken. Wir können ja auch einher pfeifen, ne? Schon wieder unsichtbar machen? Äh... Finger... Wir haben Fingerstern drinne... Mh... Feuerwerk... Ja, könnte nützlich sein, aber... Komm, wir versuchen es mal! Au! Der hat doch noch geschossen! Der Dreckslapp! So! Kommt der gleich mit! Dann wird jetzt hier reinlaufen! Ohne hoch zu springen! Wo bist du? Kommst du nicht? Hallo! Mache Kot! Wo ist der denn geblieben? Da oben steht... Der steht immer noch da! So, das ist der Speerwerfer! Ja, wir müssen uns unsichtbar machen, ne? Sonst... Ah! Er ist tot! Diese Weichwurst! Ehrlich! Ja gut, wir waren ja nicht besser, ne? Hm... Oh, jetzt gehts ans Eingemachte! Wir müssen aufpassen dafür uns! So, dürfen jetzt nur nicht! Nun los, kämpf mit dem! Ja, fein machst du doch! Fein machst du doch! Komm hinterher! Wir nehmen noch ein paar Items! Der kommt doch auch gleich runter, oder? Das sag ich doch, oder? Na los, geh hin! Oh, raus halt! Ja, der kämpft noch! Tapfe! Und... Ja, komm! Gib alles! Das ist... ...der Fein! Taus! Lasst sie campen! Lass sie campen! Höh! Jaa, ihr macht das fein! Ihr macht das fein. Ihr macht das schon. Ja, Puppenspieler ist auch ganz fein. Oh, er ist ins Wasser gefallen. Du hinterher. Beide tot? Oder nur der eine tot? Ne, beide, ne? So geht's natürlich auch. Jetzt können wir auch tauchen. Und warum haben wir uns jetzt den Arkos-Konflikt reingeschmissen? Weiß ich nicht, Herr. Keine Ahnung. Die können ja tauchen, ne? Ja, endlich können wir auch den Teich hier mal ein bisschen absuchen. Mibu, Eigentumsballon. Okay, das hat er fallen lassen. Oh ja, jetzt können wir uns hier alles mal ein bisschen absuchen. Seegras? Oh, da ist ein Karpfen. Ah, ne, hier waren ja die bösen Karpfen, ne? Das sieht doch wieder so aus wie so ein Kopfloser unter Wasser oder was das hier. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja. Der da so seine Geistesymbole, kriegen wir die aufgefangen. Äh, seine Dinger da. Mal gucken. Können wir auch die andere Grauenflasche reinnehmen? Hier, das ging. Die hier. Gut. Ah, ja. Oh, alter. Hier gingen ja Schätze drinnen ohne Ende. Okay. Aber um der Ecke lag noch einer, ne? Ausweichen. Warte, wir machen noch mal die Flasche. Alter, das hat sich ja richtig gelohnt, da mal hinzuschwimmen. In der Ecke lag noch einer. Ja, gut, der war jetzt nicht so wichtig, ne? Oh. 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 Da liegt noch eins. Okay, wenn man hier am Rand bleibt, erwischt er eigentlich, ne? Wie sieht aus. Schade, kein Greifhagen hier. Oh, jetzt. War der Fisch, ne? Ah, nee. Was war der andere? Hier war der Greifhagen. Ja, das war ja hier diese blöde Stelle, wo man so über Eck springen muss, ne? Wo wir auch nicht rangekommen sind. Kann das sein? Ja, das kann sein. Okay, Moment. Kügelchen einwerfen. So. Sterne. Hier kamen doch jetzt die Affen, ne? Ja, wer es braucht, ich brauche es nicht. Wir haben es ja schon mal einmal unfreiwillig reingeschmissen. Aber müssen wir überhaupt hier lang? Eigentlich nicht, ne? So, irgendwo kommen ja die Affen. Deswegen drücke ich immer ab und zu mal. Aber wir sollten hier langlaufen. Besser ist das, ne? Zweck, zwecks, äh, Konfekt hier, weil man auch so einsammeln kann. Keine Affen hier? Beim ersten Mal waren Schimpansen hier. Aber beißert uns jetzt hier weiter, können wir runtergehen. Viele Violetten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh! Ja, den Kreisel, den brauchten wir. Alter, hu. Hab ich mich erschrocken. Ihr auch? Ne, ne? Ihr kennt das ja. Das Spielchen hier. Das ist bestimmt noch einer hier irgendwo versteckt, oder? Lass mich raten. Dann, wir gehen erst mal rum. Hier, die Schimpansen sind schon alle tot. Aha! Also ist hier noch irgendwo noch irgendeine... Eine ist bestimmt noch da oben in der Pagode da. Oder in der Pagode ist es nicht, ne? Oi, 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 oi. Hat sich alles verändert. Hochstringen geht nicht, ne? Hier ist kein Kletterhaken. So. Oh, wer ist das? MPC? Lauschen? Ich hätte nie damit gerechnet, dass ein Mann mit euren Fähigkeiten erschlagen werden kann. Es scheint, als nur den Aschina ein Dämon lauern. Oh, oh. Ein Dämon lauern. Müssen wir den killen? Ja, den können wir... Oh, der hat zwei Murmeln. Alter, dat wird wieder gefährlich. Dat wird wieder gefährlich. Komm aufs Dach irgendwie? Ne, ne? Guckt er uns an, oder... Schlecht zu sehen, ne? Äh, 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 äh. Das wird uns wieder unsichtbar machen. Nehme ich mal an. Komm uns an der Wand hier hängen. Stellen? Ne. Doch, an der Wand drücken. Aber, dann ist er nicht da, ne? Da können wir ja kein... Ne, da können wir keinen Stern schmeißen. Schade. Erstmal gucken, wie er steht, ne? Der Rücken ist von hier aus, ne? So. Wenn wir jetzt von da aus kommen. Hohohoho. Haaa. Und dann mit zwei Murmeln. Der ist ja fies. Der wird es doch bestimmt gleich sehen, oder? Entweder... Entweder machen wir das jetzt noch, oder machen wir das in der nächsten Folge. Na, ich mach hier mal Feierabend. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Folge wieder ist. Tut mir leid. Ansonsten... Ansonsten schneide ich das zusammen. Also, ne? Ihr wisst Bescheid. Entweder ist es zusammengeschnitten, oder kommt eine neue Folge raus. Deswegen jetzt erstmal keine Verabschiedung.